Zur Community. Hier das versprochene Workout. Als Ergänzung zu Jürgens Workout, wie ihr wollt. Die Treebox Community kennt es als Warm-up. Aber warum soll es ein Warm-up nicht auch als Workout geben? Los geht's. Ihr seid unten und wärmt euch, was die Rumpfstabilität angeht, auf. Und zwar mit 8 Wiederholungen, jeweils Handtouches. Nach 8 Wiederholungen geht es nach oben an die Elbbogen. Dann geht es nach oben an die Schulter. Es geht weiter nach hinten ans Becken. Zurück an die Knie. Zwischenzeitlich kommt ihr immer wieder schön in die Plank zurück. Nach hinten an die Zehen. Und dann geht's los. Ihr startet in Jumping Jacks. Wechselt in die High Knees. Wechselt in die Butt Kicks. Macht ein paar Twists. Ein paar Drop Squats. Und seid schon durch. Das Ganze aber nicht so kurz wie ich. Nach dem Core Warm-up-Block. Jeweils 60 Sekunden in die Herz-Kreislauf-Übungen. Und zum Abschluss jeder Runde geht's dann wieder runter. Und von hinten nach vorne. Von den Zehenspitzen. Zu den Knien. Zum Becken. Zu den Schultern. Den Ellbogen. Und den Händen. Jeweils aber pro Station. Acht Wiederholungen. Los geht's.